Guten Abend miteinander, wir wünschen Ihnen noch recht viele schöne Sommeröbungen. Bei Coop finden Sie alles, was Sie dazu nötig haben für einen feinen Sommerznacht. Zum Beispiel das richtige Fleisch oder die Würste zum Grillieren, da beraten Sie den Coop-Metzgermeister gern. Dazu die knusprig frischen Zweifelchips Provencal. Knackig frisch sind die Midi-Gurken mit einem feinen Essigaufguss. Die goldbrunnbackenen Kiebogerchen vom Coop-Bäckermeister. Und wenn wir schon in der Natur sind, ist es gut, das Walzerwasser. Zum Dessert gibt es die feinen Grießköpfchen nach altem Rezept. Und das ist ein weiteres Sommerangebot. 1 A-Aufschnitt in 6 verschiedenen Sorten, offen oder wackverpackt zu einem einmalig günstigen Preis. Coop-Extraktion von morgen bis am Samstag. Auf Wiedersehen bis nächsten Mittwoch um die Gleichzeit. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Midi-Erbsen mit Rüebli, Fein, 2 Dosen, 870g, nur 4,20g. Bär-Niederkäse, 225g, nur 3 Franken. Rahmglasse Goldstar, Vanille-Erdbeer, Familienblock an 400g, nur 2,30g. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, Uncle Ben's Reis, Paket an 900g, nur 2,50g. Neu-Herrtöpfel, inländisch, Netz an 2kg, nur 1,40g. Und das ist Coop-Extraktion vom Donnerstag bis am Samstag. Aufschnitt, 6 verschiedene Sorten, offen und wackverpackt, per 100g nur 95g. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Gillette Handy Wegwerfrasierer, 2x10g, nur 4,50g. Gillette G2 Ersatzklinge Dispenser, an 10g, nur 4,50g. Auf Wiedersehen bis nächsten Mittwoch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020